Herzlich Willkommen zu einer kleinen Folge von GRID 2 Multiplayer und heute mit Mr. Manesinger. Jo, hi. Wir haben uns hier einfach mal... Äh, bereit. So, wir haben gerade mal beschlossen, dass wir einfach mal eine Runde zocken. Einfach mal ein bisschen let's rage'n. Genau, let's rage'n. Ihr werdet gleich sehen, was da passiert. Gerade eben, er war schön erst da. Dann wurde er einmal weggedreht, nochmal weggedreht und ja. Und zack, zipptach. So ist das halt, Freunde. Unglaublich. So, ihr werdet aber gleich sehen, was ihr meinen, weil gleich wird es richtig zur Sache gehen am Start. Deswegen macht schon mal bitte... Dot Challenger! Deswegen macht bitte schon mal euer Mikro... Macht bitte schon mal eure Tonlautspreche etwas leiser, ja. Ich darf gerne in den Sand Skylines fahren. Guck mal, hast du hier alle fahren? Alle in den Sand Skylines. Ja, au die TT. Ach, pass auf. Wir können die wegkramen mit uns an Dot Challenger. Richtig. Ich bin schon auf die Fresse. Also hier wird eh nicht drauf geachtet, wer... Ob da jemand gut fährt oder so, der wird einfach weggerammt. Hier wird einfach nur weggerammt, halt. Das ist eigentlich wie ein Flatout. Das ist einfach nur Flatout. Ja, aber... Nur auf Rennstrecken. Wo man richtig in Autos... Ja, zumal, man kann hier auch nicht vernünftig fahren, weil wenn du bremst, heizt dir der... Ja, der nächste Hintermann schon hinten drauf. Ach du Scheiße, in die Neppel ist. Das war der Testtag. Mit einer Heckschleuder. Herzlichen Glückwunsch. Der Dot Challenger fährt sich gut. Boah. Sechster. Oh. Direkt hinter mir. Ey komm, hinter mir sind nur Skylines. Vor mir sind nur Skylines. Was das denn? Ja, vor mir auch. Und ganz und ganz hält, wenn man Autos geht. Und damit eh alle schon nachher kommen. Boah. Ich schicke wieder. Ja, raff mich. Ja, die Fall hier. Hallo. Wo sind wir hier? Wir sind schon wieder hochgegangen. Oh, beruflich. Fahr durch schneller, ihr werdet eh alle Fallen. Pass auf, jetzt in der Skowelkamp sich alle, eh alle weg. Oh, was soll ich da drehen? Das ist alle drin. Das habe ich gesagt, wunderbar. Und schon bis zum Siebter. So ist es einfach. Weil sie alle nicht fahren können. Na, der nächste ist mit Kies. Oh. Oh. Was nirgendwo ist. Halt ja. Wo bist du? Ein Torbett. Ein Torbett. Ein Torbett. Hallo. Oh, Tobi. Ja, was denn? Ich bin Sechster. Das ist ein gutes Ergebnis mit dem Dodge Challenger. Wir fahren ja gegen... Ich habe es gesehen. Der BMW, okay, der kann nicht fahren. War klar. Tschö. Achtung, die darfst du nicht abkürzen hier. Oh, hast du abkürzt, Airline? Oh, was ist das scheiße, wahr? Ich habe den BMW jetzt, gleich, weil ich innen bin. Leck ich eigentlich? Was ist gedreht? Weiß ich. Ich habe den BMW nicht, trotzdem nicht. Also Freunde, wenn ihr mehr Grids 2 Multiplayer haben wollt, dann schleppt ihr die Kommentare. Wir nehmen das einfach mal aus Spaß hier mal so auf. Später wird es eh so richtig, ähm, Multiplayer-Ginder wie im DTM Multiplayer. Da wollen wir jetzt auch den Grids 2 Multiplayer machen, da werden dann hier Flashy mitmachen und noch sehr viele andere noch. Ja, zwölf Leute. Ja, zwölf Leute. Ja, ich bin gleich letzter, cool. Äh, der Dodge Challenger fällt sich einmal frei. Auch wenn sie mir alle hier, alle, auch wenn sie mich alle einholen, äh, die werden nicht gleich alle failen, wenn ich in meine amerikanische Prohe komme, in ihrer japanischen Kette da einfach. Halt die Fresse, Japaner sind die geilsten. Ja, ich weiß, ich habe ja nichts gegen die Autos. Aber jetzt im Rett... So. Äh, ich glaube jetzt, bis jetzt ist es noch kein Rage, jetzt Rage. Letz. Ich bin jetzt auch wieder, äh, äh... Ja, super, jetzt bin ich letzter, weil der Wichser verlassen hat. Ach, hat er wieder abgekürzt, der Schöne. Ah. Wie, ja, haben... Wie, die haben das Rennen aufgegeben schon. Bei anderen Leuten bist du siebter. Okay, geht doch. Da hinten bist du. Ja, okay, das Skyline-Ende besser beschönigend als ich, deswegen... Aber am Start habe ich den einen Skyline-Links neben mir gezogen, alter. Aber ja, Lappen, weil Lappen ist. Nee, einfach, weil ich gut bin. Oh, komm, weh, du rammst mich weg, ich ramm dich auch nicht. Boah, mein Auto sieht sogar noch verhältnismäßig gut aus zu den anderen Rennen, Freund. Und es fliegt schön ab, mein Freund. Ach, ist das schön, wenn ein Absieg war. Er ist hier ganz abgefunden, heute wieder vorne, so ist das. Ich weiß, ich seh's. Wollt ihr mich wegrammen? Heute nicht. Der lässt sich aber gut fahren, der Dodge Challenger. Aber eigentlich müsste der Challenger doch von der PS-Zahl allein in der Beschleunigung schon ziehen. Nein. Ja, weißt du, wie viel PS das Ding in unter... Na, knappe 740 Mal. Knappe, mir aber mit Sicherheit 700. Toll, jetzt habe ich den 6, da war ich da ab, welchen wir da weggedreht haben. Ich muss den Rückblender einsetzen. Ich will den Stilkommler, Xavier Lucca. Ich will den Schallzaun von der Karre geil. Weißt du noch, bei Most Wanted da, wo dieser andere Warner so übersgezogen hat, so... Ja, Mann. Ausgeschrieben, ausgeschrieben getrennt, okay. Okay. Lol. Boah, 6 Punkte nur. 8 Punkte. Aber wir als Level 1er, 2er gegen die anderen Level 14 schlagen uns ganz gut. Oh ja. Würde ich nicht anfahren, ich würde auch da vorne mitfahren. Ja, Mann. Ey, guck mal, Dodge Challenger und Nissan Skyline, wo sind wir denn hier, bitte? Den kann man nicht vergleichen, Leute. Das andere ist ein Masselcar, das andere ist einfach nur ein Sportwagen, würde ich sagen. Übertriebenes, schnelles, krankes Auto. Du bei, oh, jetzt gibt es wieder Keilerei. Scheiße. Boah, mir ist ein BMW. Spoiler, what the hell. Also ich bin Vierter. Vierter, Dritter und Vierter. Nein, nicht Vierter und Fünfter. Ach, Moses ist vorn. Tschüss mal an. Ah, ne zweiter Schuss. Tschüss mal an. Let's go. Ja, rammt mich wieder. Leute, Red, let's rage. Boah. Bist du, wenn du mir gleich wegdreht? Ja, Junge, ich bin an der Wand und erdreht mich dann doch lächerlich. Wenn man kein Auto fahren kann, soll man das Spiel nicht spielen. Ganz ehrlich. Bis alle die Score nicht kriegen. Alle Fasen in die Wand. Und ich, oh, der dreht, ey, erst mal. Auffassende Gruppe. Es war so klar, es war so klar, dass er mich wegdreht. Ey, ey, Leute. Ich sehe das selber. Felix wird sehen. Ich will um die Kube ganz nochmal fahren. Er rast einfach aus mich drauf zu. Ich sehe dich. Das sind so kleine Assi-Kinder, die kein Leben haben. Ich könnte dich wieder wie aufregen, wie ein Mauswander-Handt. Bezüglich Replay 73. Ja, auch wenn du es wieder siehst, die wissen, was so ein Mauswander macht. So richtig. Oh, schiefst du jetzt da. Boah. PP Jawohl. Nice. Ich habe ihn erstmal weggerannt. boah, Tobi! Felix, wenn man nicht Auto fahren kann, wenn man nicht die Kurven kriegt, dann... ... was denn? ... den Schusswort vor uns ist. Nice. Jetzt fehlen nur noch ich. Pass auf, jetzt trafst du mich hin. Pass auf, pass auf. Nein. Ah, doch, er wollte reinhalten. Hast du gesehen? Bei mir? Ja. Also, wenn ich mal den letzten Knopf mit fährt, der wird schon ordentlicher fahren. Was? War mir assis, ey. Nein! Oh! Tobi! Hm, ich war abgehoben. Ach, don't challenge that, du, ey. Oh, da haben sich welche gedreht. Wer wohl? Das hat Skyline. Ich brauche aber nur overpowered das Auto. Hoppala. Boah. Achtung, die kommen, nehmen sie alle Scheiße. Oh, du auch. Ich auch. Ich bin an den beiden Skyline dran. Und blüft es da ja rum wie ein Weltmeister sind. Und tschüss! Fick dich Skyline-Ambi. So. Ja, ich hab ihn gedreht im Wixer. Nice, danke. Ich bin an ihm vorbei. Ha! Oh, du hast ja auch noch weggepämpft. Das ist so läuft. Ziemburg, die bleibt schon entschuldigt. Am weggepämpft. Am weggepämpft. Ja, Mann. Zum Toretto Power, Alter. Woher kommt der Spruch? Amerikanische Power, alte Schule. Woher kommt der her? Aus welchem Film? Brauchst du nicht sagen für dich, du kennst es glaube ich nicht. Nein! Nein! Haha. Ich bin so ein Scheiß-Kantin geblieben. So ambitiert. Ey, der will ich dir nicht wegdrehen. Weiß ich. Oh, Tobi ist tot. Er ist jetzt bei mir erst mal... Oh, Tobi! Oh, danke! Aber ehrlich, das ist Nola. Weiß ich was? Oder ich wollte, dass du mich auslastest. Hast du? Hinter dir. Ich bin in der Wand hängen geblieben Einfach nur in der Wand hängen, ist auch doof gemacht Ja Man verkeilt sich dann so ein bisschen, aber Es passiert War mir wie ein Kernitro, ey Ja, jetzt blöde ich mich auch schon Nein! Oh! An derselben Stelle gefällt wie du Ich hab den Kreisverkehr nicht genügend genommen Oh, deine freundliche Schlange ist weg, meine ist weg Boah 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 Und du, ey Wo kann man nicht nur alle Code-Challenger fahren? Felix So, wie? Boah Ich verstehe nicht, warum die einfach nur in der Wand hängen Ein Gnade, das wegkommt Das ist ein Rennspiel und kein Crashspiel Das verstehe ich einfach nicht Boah, manche Drifts kann ich in dem Spiel so geil nehmen, ne? Ja, ich auch Du bist auch eins, weil ich bei Tokyo Drift hier Oder eher Duval Drift Fast & Furious Duval Drift Das heißt, das hört sich scheiße an Ja Irgendwie schon Fuck, ich krieg die Karre nicht mehr rum, ich hab recht frei Auge, was drinne Ach Du Muschi Boah Was ist du denn, ey? Fuck, 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 aua Die können doch schon von vorne wegfahren, ey, ja Wenn die nicht mal, wenn du nicht nur weggerammt wirst Ist so Das ist einfach nur behindert, einfach nur nach Einfach nur Mensch, dann sonst auch gleich noch so Ja Das ist nur ein Schwer, ey Die sollten echt mal strafen, ja Einfach, wenn man jemanden dreht Das macht 20 Sekunden strafen Äh Rühre ich nochmal Ohm Wohls mich nicht Woah Ich bin voll reingehaut Ich bin voll reingeballert, alter Ich hoffe, du hast das schön in der Aufnahme, weil das sah bestimmt lustig aus Ja, ich hab nach hinten gerade geguckt, währenddessen War drei Punkte hinter dir So ambitös Stimprofil anzeigen, ich baller, ich bespann den jetzt Was? Du Widerlicher Wichter Scheiß Norweger Weil ich bin alleine in der kurzen Zeit, in der wir jetzt gefahren sind 100 Kilometer gefahren Online Ich muss jetzt aber auch nach dem Rennen muss ich auch Schluss machen Ja, reicht dann auch für den ersten Let's Rage-Pass Weil ich dann gleich in der Fahrschule muss Barcelona, oh nein Oh, wie starten wir so weit vorne? Kann ich einfach nicht von hinten starten, ist mir lieber Aber Manche haben echt'n scheiß Internet, ey Mh Ja, Barcelona ist ne schöne Stadt Aber ich find' gut vom Spiel gemacht, dass man dann irgendwie unsichtbar wird Komm, ramp mich wieder weg ihr Scheiß Ambizos, du Wichser, Alter Ich kann nicht so wie im Knien, Alter Schön, die Sacrada Familie im Hintergrund Sacra Hä? Haa Du Wichser Boah Boah Boah, das geht hier vorne schief Ich hab' ich, Alter Ich hab' einen im Kofferraum Ich bin los, Mann, du kriegst dein Leben ein, und du hast den Schmier gedreht. Boah! Boah, was geht denn hier ab, ey? Nur weil mich... Achtung, Kurve, schließt, Felix. Hä? Kurve ist fies. Ah, du hast schon was? Schmier gedreht. Mann, ey! Ja, weil sie mich gedreht haben. Wenn die mal 18 sind, ich würde gerne, dass sie mit die Autofahren. Haha, ich auch. Aber ich habe dadurch gerade keinen Platz verloren, also... Nice. Wow! So, so, die Strecke kenne ich gar nicht, so was zu lohnern. Ich auch nicht, nur aus Videos. Oh, Mann, was haben wir denn keine Strecke schon wieder? Oh, Ambizos, hallo! Wie geht's denn so? Du mit deinem Strecke. Scheiße, ja, direkt drei Plätze verloren, oder was? So, Moses ist hinter mir. Dreamstalker ist vor mir. Ein scheiß Name. Der Traumstalker. Geile Namen. Oh, was mache ich denn? Du, Ambizos, wie geht's denn da? Ich drehe dich nicht, das ist so der Gator. Bestimmt üben die ganze Zeit das Drehen bestimmt. So Singleplayer, Alter, ja, jetzt drehe ich ein. Jawoll, geschafft. Oh, die keilt sich hier wieder vorne, ey. Ja, wacht ruhig. Rappt euch bitte weg. Was ist hinter mir? Hä? Edmund! Edmund, wir bereuen hier, wir bereuen bitte. Wir haben ihn dreht schon wieder. Wir haben ihn dreht, einfach rechts, einmal nach rechts gezogen gedreht. In die Wand drin. Oh ne, Cry, lass ihn hinter mir weg, weg, hau ab. Fick, fick dich. Fick dich, ja genau, fick dich. Oh? Der Dreamstalker hat versucht mich zu drehen. Schuss, Ambizos. Fick dein Leben, ey. Das kann ich mir leben. Schuss noch. Wer weißt du das? Aus welchem Land die kommen? Ich hab auch sein Steampuffel geguckt. Oh ja, mein Auto kriegt keine Kurve mehr. Nice. Cooler Nick. Er freut mich so. Aaaaah. 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 Kaum hängen noch Männer. Auto kriegt keine Kurve mehr? Nein. Eine Frage. Was haben die Gegner mit dein Auto gemacht? Nicht, was haben die Gegner mit dein Auto gemacht? Ja. Ja. Was sind denn wir? Try it down. Mit den Leuten ey, die dürfen von euch träumen, ey. Dass die endlich so wechseln. Was ist das hier? Krulig Box? Was und wie? Krulig Box heißt der. Krulig Box. Richard Box. Jawoll, nicht mehr letzter. Ja, nice. Zehn da was so. Keiner crasht da. Was muss denn wieder gehen? Naah, komm Challenger! Meine Freunde online ey. Nee, danke. Online macht schon Bock, aber nicht mit so viel Fahrer. Erstens, die haben kein Leben. Erstens, zweitens, die rammen nur weg. Drittens, die... ... haben schlechtes Internetbanken. Jo, sie rammen eindeutig nur weg. Alter, der ist mir voll in die Karre gezogen, der Affe. Wer muss es? Nee, Dreamstalker. Wer muss es? Vom Fallziel! Wo gehst du? Ja, ich war noch lange weit weg vom Vier. Ich würde sagen, wir... Ach, das war die letzte Runde. Okay, dann können wir kurz hier noch warten, wie ich es insgesamt habe. Ja, ich guck mal kurz, wie viel Uhr haben wir. 46, gut. 90 Punkte habe ich. Geil! 19, ich hab 14. Also das kann man auf jeden Fall öfter machen, das bockt schon. Es bockt schon, ähm... Ich will bloß nicht, dass sie einfach so Assi fahren. 3.300 Dollar. Ich hab auch, glaube ich, 5.000 bekommen. Und wie viel ich bekomme? Ich hab 90 FPS im Ladebildschirm, aber... Komm, Level 2, bitte. Gib mir Level... Nein! Kurz vor Level 2. So, ich geh jetzt hier raus. Ein paar die verlassen, auf Wiedersehen, die Assis. So, ich würd' sagen, wir beenden hier erstmal den ersten Part von... Ja... Grid 2 Multiplayer. Äh... Und sehen's dann bei einem anderen Video wieder. Euch noch einen schönen Tag. Wenn's euch gefallen hat, gebt dem Video einfach mal ein Däumchen nach oben. Du kannst dich verabschieden. Jojo, tschüss, tschüss, tschüss. Ciao.